Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute stellen wir Ihnen eine absolute Neuheit vor, die eigentlich in keinem Haushalt und auch an keinem Arbeitsort fehlen sollte. Es handelt sich um die Feuerlöschdecke Flamestop, die Sie bei GOB besonders günstig bekommen. Die Feuerlöschdecke Flamestop bringt jeden Brand im Anfangsstadium zum Ersticken und kein Feuer kann sich ausbreiten, wenn Sie die Empa-prüfte Feuerlöschdecke Flamestop zur Hand haben. Die Handhabung ist kinderleicht, beim Aufreissen von diesen Schlaufen entfaltet sich die Decke von selber. Und dann lädt man sie sofort über den Brandherd und lässt sie so lange liegen, bis das Feuer erstickt ist. Die Feuerlöschdecke entwickelt übrigens keinen giftigen Dämpf und sie ist umweltfreundlich. Die Flamestop-Fühlenstecke für eine sichere Brandverhütung zu Hause und am Arbeitsplatz gibt es jetzt bei GOB besonders günstig. Und jetzt zeigen wir Ihnen an, wo Sie ab morgen wieder günstig sparen können mit GOB-Aktionen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOB eine Tafel nach Wahl eine Tafel nach Wahl nur 95 Rappen. Goldstar Rahm Glacé Vanille Erdbeer 400g, jetzt nur 32 Rappen. Zwei Becher Jojo-Trink Himbeermocca oder Aprikosen nur 1,20 Rappen. Zwei Schachteln an 6 Stück Importeier Klasse A, jetzt 2 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Nektarine, das Kilo nur 2,30 Rappen. Zwei Flaschen GOB-Sonneblumenöl statt 8,40 Rappen nur 7,40 Rappen. Hier noch die aktuellen Warenhausangebote, z.B. das topmodische Sweatshirt für Damen zu nur 59 Franken. Oder das Herren-Cilet mit Läder-Einsatz zu nur 75 Franken. Auf Wiedersehen!